Die Zerstörungswut des Bischofs Georg Betzing gegenüber der katholischen Kirche lässt sich auch von einem Nein vom Papst persönlich nicht aufhalten. Denn der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz hält weiter fest an seinen synodalen Vorhaben, namentlich dem Frauenpriestertum. Er geht sogar noch weiter. Er träumt von einer priesterlosen Kirche. Die Tagespost berichtet. Betzing pocht auf Frauenweihe. Die Diskussion ist beendet. Dennoch will sie der Vorsitzende der DBK weiterführen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, hält ungeachtet der jüngsten Absage vom Papst Franziskus an die Zulassung von Frauen zum sakramentalen Weiheamt an seiner Forderung der Frauenpriesterweihe fest. Bei der Vorstellung seines aktuellen Buchs in Frankfurt sagte der Limburger Bischof am Montagabend, Zitat, Frauen und Priesteramt können sehr gut miteinander verbunden werden. Angesprochen auf die umstrittene Diskussion beim Synodalen Weg, warum es überhaupt Priester brauche, verteidigte Betzing die Debatte. Die Frage, ob es Priester brauche, müsste gestellt werden. Der Missbrauchsskandal habe, Zitat, Gemeinden und Priester in einer solchen Weise irritiert, dass wir uns die Frage stellen müssen, wozu es in der katholischen Kirche Priester gibt. Das Spezifikum in der katholischen Kirche sei die sakramentale Gestalt. Kritisch äußerte sich der Vorsitzende zu den geltenden Zulassungsbedingungen für das sakramentale Weiheamt, Zitat, Wir kommen an die Grenze, an der wir uns darauf vorbereiten, katholische Kirche priesterlos zu gestalten. Das Wesen des katholischen werde durch die Art und Weise gefährdet, in der, Zitat, Wir den Zugang zum Priesteramt organisieren. Wenn die verpflichtende Ehelosigkeit dazu führe, dass, Zitat, Kaum mehr jemand Priester werden will, dann müsste man sich die Frage stellen, ob der Zulibat wichtiger sei oder die Sakramentalität der Kirche. Bischof Georg Betzing stellt sich also die Frage, wozu es in der katholischen Kirche Priester gibt. Der Priester, er spendet die Sakramente, er verhilft uns den Gläubigen zum Heil und er bringt Gott das heilige Messopfer dar. Er handelt in Persona Christi, er vertritt also den Gottessohn hier auf Erden. Er ist ein zweiter Christus, der uns mit dem Leib des Herrn speist. Bischof Georg Betzing scheint das alles zu ignorieren, denn ich denke schon, dass er es weiß. Er träumt zwar von einer priesterlosen Kirche, doch das Frauenpriestertum soll schon sein. Da scheint er wohl zu wissen, dass eine Frau keine priesterlichen Dienste ausführen kann. Eine Frau, auch wenn man sie zur Schau zum Priester weiht, ist sie kein Priester. Sie kann nicht von den Sünden los sprechen, sie kann Gott nicht das heilige Messopfer darbringen. Sprich, sie kann nicht Brot und Wein in Leib und Blut des Herrn Jesus Christus wandeln. Diesen Auftrag gab der Heiland den Aposteln und diese Vollmacht gaben sie weiter. In den Bischofs- und Priesterweihen und die apostolische Sukzession der katholischen Kirche eines jeden Priesters geht bis auf die Bischöfe, bis auf den Abendmahlssaal zurück. Und in der ganzen Sukzession gibt es keine Frau. Denn es war noch nie Thema einer Debatte, ob eine Frau Priester werden kann oder nicht. Denn das Priestertum ist nun mal Männersache. Da stellt sich die Frage, welche Ziele verfolgt Bischof Betzing? Denn eine priesterlose Kirche ist auch eine sakramentenlose Kirche. Die Sakramente sind notwendig für unser Seelenheil. Eine Kirche ohne Priester spendet somit nicht mehr das ewige Leben. Und es ist eine böse Täuschung, wenn man eine Frau als Priester verkleidet und ihr priesterliche Dienste zuspricht, die sie nicht erfüllen kann. Wenn die Menschen dann gutgläubig dort beichten, die heilige Kommunion empfangen und dergleichen, wird es ihnen nichts nützen. Das muss ein Bischof eigentlich wissen. Da stellt sich uns die Frage, welche Ziele verfolgt Bischof Betzing in seiner Rebellion gegen Papst Franziskus, der sogar wortwörtlich einfach nur Nein gesagt hat, auf die Frage, ob es ein Frauenpriestertum in der katholischen Kirche geben wird. Bischof Betzing und die Synodale Rebellion gegen Papst und Kirche. Wohin wird es führen? Was meint ihr? Führt es wirklich in einen Schisma einer deutschen nationalen Kirche? Was meint ihr? Bischof Betzing und die Synodale Rebellion gegen Papst.